Zur Handhabung der Keule, am besten den Zeigefinger auf die Keule drauflegen, die restlichen Finger hier drum wickeln. Am besten, das soll immer die Verlängerung des Armes sein, also nicht abknicken, sondern immer lange, meistens immer lange füllen und hier fest dran halten. Manchmal kann man die auch hier reinlegen, also zwischen Daumen und Zeigefinger, locker, hier drin, damit man die dann handhaben kann, aber meistens so. Das war's für heute.